Ihr seht hier das Sony RX in Xperia Play, mit welchem man noch mobil ins Internet gehen kann. Das Gerät wird dabei von GPRS, Edge, UMTS, HSD, PA und WLAN unterstützt. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, dafür muss ich erst einmal hier wieder die Tastensperre lösen. Und dann können wir einfach unter Menü und hier vorne den Browser anwählen. Ihr könnt natürlich hier direkt auf Facebook gehen oder auf Twitter. Das ist natürlich egal. So, da können wir hier dann nur URL eingeben. Wir nehmen jetzt mal Handy. So, minus mc.de. So, und dann gehen wir auf Los. Und dann wird die Seite geladen. Ihr seht schon, das geht recht schnell. Wir sind jetzt immer ein Mensch über WLAN im Internet. Von da beträgt die Ladezeit höchstens ein paar Sekunden. So, ihr seht schon, die Darstellung ist hier recht klein. Wir können hier jetzt einfach zoomen. Oder aber, weil das Gerät natürlich über Pinch to Zoom verfügt, nehmen wir einfach zwei Finger und zoomen damit dann ran. Und dann, ihr seht schon, je näher ich rangehe, desto unschärfer werden die Bilder. Aber den Rest, den kann man immer noch super lesen. Und wenn wir das nur ein bisschen vergrößern, dann funktioniert das auch alles einfacher. Der Display reagiert super. Also man kann sich hier wirklich sehr gut drauf bewegen. Und es macht auch Spaß. Wenn wir jetzt hier vorne auf unsere Optionen gehen, da seht ihr dann, dass unser Handy auch multitaskingfähig ist. Wir können hier nämlich noch ein neues Fenster parallel öffnen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, hier wird dann jetzt unsere Sony Ericsson Seite angezeigt. Und wenn wir hier jetzt wieder einfach auf Optionen und auf Fenster klicken, da sehen wir dann, dass wir hier zwei Fenster gewählt haben, zwischen denen wir dann auch ganz beliebig hin- und herswitchen können. So. Wir haben natürlich hier auch noch andere Optionen. Wir können hier das ein Lesezeichen hinzufügen. Wir können die Seite aktualisieren. Und hier unter mehr, da haben wir dann noch Optionen wie das Lesezeichen hinzufügen, etwas auf der Seite suchen, einen Text auswählen, Seiteninfo. Ups, das wollte ich nicht. So. Die Seiteninfo, einen Seitenlink weiterleiten, Downloads und verschiedene Einstellungen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Lesezeichen gehen, da können wir dann die Seite als Lesezeichen hinzufügen. Wir können hier meistbesuchte Seiten anzeigen. Und hier vorne den Verlauf. Dieses Lesezeichen-Symbol, das haben wir auch noch. Hier oben neben der URL. Da gelangen wir dann auch wieder auf die Seite und können es dann ganz einfach hinzufügen oder andere Lesezeichen anwählen. Ihr seht schon, mit dem Xperia Play kann man auch gut im Internet surfen. Nicht nur, um was nachzugucken, sondern man kann ruhig auch noch länger im Internet bleiben. Über den Touch funktioniert die Bedienung super. Man kann sich leicht bewegen, man findet sich gut zurecht. Und die Bedienung ist auf jeden Fall sehr einfach. Und die Bedienung ist auf jeden Fall.